Musik Hallihallo! Wunderschönen guten Abend! Ich warte mal ganz kurz, aber ich glaube, ihr alle wisst, was es bedeutet, wenn ich hier mit Schere und Karton sitze. Na? Ich weiß, das Licht ist hier ein bisschen grotteschlecht. Hallo Yvonne! Entschuldigt bitte, ich befinde mich nicht zu Hause, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und auch Entschuldigung, dass ich mit den Blicken hin und her switche. Wir sind bei Facebook und bei Insta parallel live. Guten Abend, Manu! Ja, ich habe in meiner Story eine Umfrage gestartet, für welches Video? Hallihallo, Sarah! Für welches Video ihr euch als nächstes interessiert? Und was kam dabei raus? Hallo, Sabi! Die Unboxing Starter Kit. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich habe es möglich gemacht. Es hat sich jemand zur Verfügung gestellt. Ich darf das Ganze einfach mal präsentieren. Es ist... Ich mache jetzt einfach mal parallel auf. Nochmal geklebt, weil zu mir gesendet. Also, die Person, vielen, vielen lieben Dank. Bereitstellen, damit ich euch dieses Mega-Paket live präsentieren kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich komplett in der Zeit zurückversetzt. Als ich mich damals angemeldet habe, das war Ende Juli, fiel das exakt auf dasselbe Zeitraum, wie es jetzt ist. Das heißt, ich habe damals auch vor meinem großen Sommerurlaub dieses Starter Kit zu mir nach Hause geschickt gekriegt. Ich habe es in meinen Kofferraum einpackt, bin nach Freiburg fahre in den Sommerurlaub und habe dieses Starter-Paket dann tatsächlich hier das erste Mal geöffnet. Und von daher ist das gerade so ein bisschen ein Flashback. Aber es fühlt sich unfassbar geil an. Also wirklich, da kommen alte Gefühle hoch. Und ich bin jetzt tatsächlich genauso aufträgt, wie es damals war. Hallo ihr Lieben, guten Abend. Also, es sei mal dazu gesagt, dieses Paket ist riesig und es ist wahnsinnig schwer auch. Entschuldigt also mein Geschnaufe und meine Anstrengung. Aber... Oh Gott, es ist wirklich schwer. So, da ist es. Und allein das, das ist schon wunderschön. Selten, alle Jackies, selten so, so wunderschöne Pakete erhalten. Und ich würde sagen, schau mal gemeinsam rein, habt ihr Lust? Wollt ihr sehen? Ich muss aber dazu sagen, es ist das doppelte Starter-Kit aus dem August. Heißt im August, heißt im August, nein, Juli. Oh, ich blick's schon gar nicht mehr mit den Monate. Im Juli gab's das Starter-Kit doppelt. Hi Sarah! Doppeltes Starter-Kit, das heißt Frühling-Sommer und Herbst-Winter. Also lasst euch davon nicht irritieren. Alles, was jetzt im August nicht mehr mit dem Kit ist, lasse ich direkt verschwinden. Da können wir uns gerne hinterher nur drüber unterhalten. Aber ich zeige euch jetzt die Dinge, die dann tatsächlich im jetzigen Starter-Kit drin sind. Zuallererst und ganz, ganz wichtig, gleich mal eine Begrüßungsmappe. Darin, ihr Lieben, ich muss das Ganze ein bisschen zügig durchziehen, weil bei Insta haben wir tatsächlich nur eine Stunde live. Und da ich gern eine Quassel-Tante bin, erinnert mich gern dran, wenn irgendjemand die Uhr im Auge behalten könnte, da das ganz, ganz lieb. Meine geht nämlich nicht mehr korrekt. Kleine mal Heidi und Orwe, Willkommenspost. Unser Ziel, weltweit eine wertschaffende, branchenführende und familienfreundliche Geschäftsmöglichkeit im Vertrieb, kreativer und kunstvoller Qualitätsprodukte anzubieten, die das Herz erwärmen, die Sinne beleben und die Seele inspirieren. Die zwei sind einfach nur unfassbar toll, wirklich. Noch nie, noch nie habe ich so, so tolle Menschen. Also die sind wirklich, also das sind Vorzeigemenscher, das sind Gutmenscher und ein Produktleitfader. In diesem Ding, das ist für uns Berater wirklich die Bettlektüre. Da ist zu jedem Produkt, das es bei uns gibt, eine Erklärung drin. Da sind Verkaufstipps drin. Vorteile, Funktionen, alles erklärt. Unsere Bibel. Wirklich ganz, ganz tolle Broschüre. Und dann haben wir natürlich noch ein Willkommensheftchen. Und darin sind dann verschiedenste Dinge aufgeführt, wie zum Beispiel die, wir haben nach Anmeldung 70 Tage und in diesen 70 Tagen können wir uns verschiedene Dinge erarbeiten, für die wir dann Prämie, Auszeichnungen, Anhänger, was noch, extra Bonus erarbeiten können. Genau, und da ist auch unser Vergütungsplan drin, also wie dann tatsächlich bezahlt wird. Aber das erklärt eine Team-Mama natürlich vorab schon im Gespräch. Also auch ganz, ganz tolle Broschüre. Und jetzt kommen wir aber zu der tollen Sache. Hallo, hallo! Eine unfassbar tolle Sensi-Tasche. Da hat alles drin drin. Da gibt's alles. Die ist riesengroß. Also ich hab die Erlaubnis, ich darf alles öffnen. Ich darf alles sein. Ich verpack das dann auch wieder schön. Eieieiei. Die hat immer drin. Haha. Hier wird natürlich mitgedacht für unsere Wachse, Sommer, Sonne, Wärme. Tut dem Ganzen natürlich nicht so gut. Ist sie nicht schön? Ich find sie klasse. Dann, ganz wichtig, einen kompletten Block unserer Produktliste. Das ist eine Liste, da sind alle verfügbaren Produkte drauf. Hat Vorder- und Rückseite. Auch mit Duftkategorien und den Duftnamen. Mega gut für Partys. Eine wahnsinnig tolle Übersicht, natürlich auch mit Preisen. Also, die kommt mit in jede Post, zu jeder Party. Hier haben wir Taschen. Verpackungstasche. Also Tüte, worin man die Bestellungen der Kunde einfach toll einpacken kann, transportieren kann. Das ist ein ordentlicher Wäscher. Papier. Immer und in jedem Sensi-Paket. Und da springt mich auch schon was ganz Tolles an. Und da ist unser neuer Katalog. Habt ihr euch den mal angeschaut? Also, wenn irgendjemand behauptet, der seine toll... Ich komm, ich komm vorbei. Ich bin total verliebt. Ich hab heute die erste große Sammelbestellung rausgeschickt. Und ganz definitiv... Sie kommt zu mir. Oh, ich liebe sie. Sie ist so wunderwunderschön. Und es gibt einige mehr. Oh, die muss ich euch auch zeigen. Die Mirror. Ähnlich wie die Obsidian. Ja, ja. Du willst nur, dass ich zu dir vor. Die ist so, so wunderwunderschön. Und auch diese kleine hier. Ja, ich schweif schon wieder ab. Also, ganz wichtig. Ein riesen Paket Kataloge. Wie ihr sehen könnt. Das kommt weg. Papier. Papier, Papier. Die Beratertätigkeit. Flyer zur Beratertätigkeit. Flyer für unsere Duftsysteme. Alles drin aufgelistet, aufgeführt. Pots, Ventilatoren, Wachse, Diffuser. Plus unser neuestes Gerät, den Luftreiniger. Habt ihr euch den schon mal angeschaut? Den habe ich mir heute natürlich auch direkt geordert. Mega, mega geil. Ein Gerät, das unsere Luft reinigt. Und zeitgleich unsere Räume beduftet. Wie geil ist das bitte? Unsere Fellnasen haben natürlich auch ihren eigenen Flyer. Die Produkte sind auch richtig cool. Clean. Putzen. Wenn schon putzen, dann mit Sensi. Macht ein bisschen mehr Spaß. Wenn es gut duftet, ist das Kleiner mal viel geiler. Launtry Flyer. Heißt Wäsche. Wäscheprodukte Flyer. Und immer wichtig, hinter drauf sind natürlich alle Düfte aufgeführt, die es in genau diesen Produkten gibt. Richtig praktisch. Mega übersichtlich. Und natürlich Body. Auch immer ein ordentlicher Stapel Body Produkt Flyer. Und auch hier natürlich die komplette Duftübersicht. Ganz, ganz geschickt. Dann haben wir hier eine Packung Pots. Amazon Rain. Einer unserer Bestseller. Mega beliebt. Mega angenehm. Richtig gut frisch. Ganz, ganz coole Sache. Oh. Black Raspberry Vanilla. Eine komplette Packung Wachssucht. Und genau die war auch in meinem Starter-Kit. Ich liebe diesen Duft. Und ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich war so verliebt. Beziehungsweise bin es immer noch. Aber derartig verschosse von Anfang an diesen Duft, dass ich dauerhaft genau dieses Wachs in meiner Lampe drin hatte. Und dann ganz urplötzlich duftblind wurde. Das heißt, ich habe meinen geliebten Duft nicht mehr riechen können. Alle haben ihn wahrgenommen. Meine Nase leider nicht mehr. Und deshalb immer ganz, ganz wichtig. Macht Wachswechsel. Bitte. Wechselt regelmäßig eure Düfte durch. Ihr riecht eure Lieblingsdüfte sonst irgendwann nicht mehr. So viel kurz dazu. Es soll euch erspart bleiben. Oh. Oh. Einmal Body Clip, bitte. Wir haben hier einmal Clover the Cow. Unsere Kuh. Und wie soll es anders sein? Sie riecht nach Black Raspberry Vanilla. Habt ihr mal Black Raspberry Kocher? Nein? Ja. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und ich rieche ihn jetzt wieder. Ich hatte eine ganz, ganz lange Pause von diesem Duft. Und irgendwann hat ihn meine Nase dann Gott sei Dank wieder wahrgenommen. Eine komplette Packung Handseife, Aloe, Water und Cucumber. Mega gut. Eine tue ich auf Seite, weil es ist ja ein Doppelstarter-Set. Counter-Clean. Lemon Squeeze. Den habe ich auch zu Hause. Richtig geil. Richtig geil. Wirklich. Counter-Clean. Als Konzentrat. Komplette Konzentratflasche. Pur anzuwenden oder verdünnt. Mega ergiebig. Ein Sand Circle. Papier. Zum Aufhänger. Ins Auto. In den Schrank. In den Schuhschrank. Wo auch immer ihr gerade Duft wollt, könnt ihr genau diese Teile aufhängen. Mega cool. Dann haben wir... Oh. Ihr erinnert euch? Unsere Potts waren da dran. Und natürlich brauchen wir auch ein Gerät, um diese Potts fortzuführen, beziehungsweise das Duftsystem der Potts zu präsentieren. Habt ihr natürlich auch im Starter-Kit einen Mini-Diffuser. Diffuser. Ventilator. Er heißt Mini-Fan-Ventilator. USB-Kabel wird immer mitgeliefert. Das heißt, Einstecker. Pot rein. Und los duften. Die Teile sind mega geschickt als Autoduft. Habe ich euch aber glaube ich auch schon mal erzählt. Richtig geil. Das Teil könnt ihr überall einstecken, wo ihr einfach einen USB-Anschluss habt oder einen Adapter, Powerbank, Rechner, Laptop, wo auch immer. Mega, mega geschickt. Also jetzt haben wir ein Pott und ein Pott und ein Ventilator schon mal sehr, sehr gut. Und wir haben ein Wachs, das heißt, wir bräuchten theoretisch noch eine Lampe, oder? Und da ist sie schon. Die Classy Curve in Grau. Ich weiß, bis vor kurzem war die noch in Gelb im Starter-Kit. Und da waren sehr, sehr viele so überhaupt nicht begeistert, weil das so ein Senf, so ein Allsenf, Senfgelb war. Aber diese graue Classy finde ich richtig schick. Natürlich immer mit Glühbirne. Ist immer mit beim Gerät in Begriffe. Und die zeige ich euch jetzt selbstverständlich. Und wer jetzt aufgepasst hat, der weiß, wir haben eine Lampe, wir haben einen Wachs, wir haben einen Ventilator und wir haben Pots. Wir haben ein Putzmittel und eine Handseife. Das heißt, wir haben schon ziemlich viele in unserer Kategorie, die es bei Sensi gibt, abgedeckt. Ihr habt, ist die schön. Ich finde sie richtig hübsch. Also in diesem Gelb war ich tatsächlich auch skeptisch und kritisch. Habe ich in Natura, kniege sie ja immer nur auf Bilder. Hallo Sandra. Hi, schön, dass du reinschaust. Aber dieses Grau, ich finde die zeitlos, stilvoll, schlicht. Also das passt doch überall rein, oder? Und dafür, dass es ein Starter-Kit ist, es muss ja eine Lampe sein, die möglichst viele Personen anspricht. Und die Hauptsache ist, ihr habt was, um unser System zu erklären. Mal ganz abgesehen davon, wie dieses Gerät jetzt letzten Endes tatsächlich aussieht. Es kommt drauf an, was unsere Geräte können. Und die können einfach richtig was. Wie das eigene Gerät vom Kunde nachher aussieht, entscheidet er ja immer nur selber. Aber er soll sich vom System und von der Funktion überzeugen. Und das schafft unser Starter-Kit ganz definitiv. Ich finde sie geil. Wenn ihr möchtet, stecken wir sie nachher auch noch ein. Schauen wir sie uns im leuchtenden Zustand an. Dürft ihr mir gerne mal schreiben in den Kommentaren, ob ihr das sehen möchtet oder nicht. Können wir natürlich im Anschluss vom Video noch tun. Also ich finde sie hübsch. So, was haben wir da noch? Oh, diese Teile liebe ich. Das sind Duftsticker. Und wie soll es anders sein? Black Raspberry Vanilla? Auch einer unserer Bestseller. Die Teile kann man überall draufkleben. Auf Postkarte, auf Briefchen, auf Briefumschläge, auf Kartons, auf Pakete. Da wird einfach dran gerubbelt. Das kennt er bestimmt. Da rubbelt man dran. Und dann riecht die mega, mega geil. Mach ich total gern. Die auf alle Pakete und alle Briefchen, die ich so versende, drauf zu pappen. Und dann schreibe ich immer schön dazu. Rubbeln und schnubbern. Die sind richtig cool. Und das sind auch mehrere Lager. Also richtig viele. Und macht natürlich Lust auf mehr, wenn man da dran geschnuffelt hat. Dann haben wir noch mehr Duftsticker. Vanilla Waves. Der eine oder andere kennt den Duft vielleicht. Die sind auch richtig gut. Das Ganze ist natürlich doppelt. Ihr wisst. Also das ist immer Zufall, welche Duftkategorie was an Produkt da drin ist. Es wird immer das selbe drin sein. Aber es kann sein, die Düfte wechseln. Also es kann auch sein, ihr habt statt Amazon Ray tatsächlich andere Pots drin. Ist ja im Prinzip egal. Der Wert vom Starter Kit ist immer dasselbe. Das wird immer im gleichen Preissegment gepackt. Es kommt also keiner drunter. Es kann einfach nur sein, dass gewisse Produkte in der Duftvariante dann variieren. Variante variieren. Wow. Bestellformulare. Um den Überblick zu behalten, bei jeder Bestellung, die eingeht. Name, Produkt, Preis, Versand, Gesamtkoste. Kann ich abfotografieren, kann ich meine Kunden schicken. Wird abgeheftet. Die Teile bestehen aus drei Seiten. Also weißes, gelbes, rosanes Formular. Das gelbe bleibt immer bei mir. Ist meine Quittung. Gelb und rosa gehen zum Kunde. Gelb bei Bestellung. Und rosa dann im Prinzip als Doppelabsicherung für den Kunde. Damit er nochmal zu Hause abgleichen kann, was habe ich bestellt, was habe ich erhalten. Der rosa Netzzettel kriege ich sie also dann bei Erhalten der Ware. So können Sie selber nochmal überprüfen, habe ich alle Produkte, die ich bestellt und bezahlt habe. Richtig geschickt. So geht auch mir nichts durch. Dann haben wir hier noch Karten. Ich habe euch gerade erzählt, auf sämtliche Karten. Beleben Sie Ihre Sinne. Das sind richtig süße Karten. Damit kann man Leute einladen. Man kann liebe Nachrichten verschicken. Man kann Teammitglieder zum Beispiel tolle Post schicken. Schauen wir mal, was so passiert die nächste Woche. Ich sehe hier ein paar Teenie-Gesichter. In meinem Live. Ich finde es immer wieder schön, dass ihr mit reinschaut. Ihr dürft gerne auch mit mir sprechen. Die sind einfach zuckersüß. Wirklich schön gestaltet. Da kann man auch einfach mal eine Liebe-Nachricht, eine Post, eine Marke drauf. Und man sieht, es wird an einen gedacht. Ich benutze sie total gern. Und das sind echt heftig viele. Weißt du, könnt ihr das sehen? Also die sind sehr, sehr dünn. Das sind einige. Steht jetzt keine Stückzahl drauf, aber da könnt ihr ein paar Messages schreiben. Falls ihr überhaupt noch irgendwas handschriftlich macht. Ich bin tatsächlich so, seitdem ich persönlich bin, mache ich wieder viel handschriftlich. Ich finde es irgendwie persönlicher und schöner. Klar, natürlich passiert auch viel über WhatsApp und sonstige Messenger. Aber mir ist auch wichtig, viel handschriftlich zu machen und persönlich an die Leute zu schicken. Aha! Wer kennt's? Wer weiß das? Teamies? Nein? Psst! Klar, dass ihr das kennt. Das sind unsere Filzies. So nenne ich die liebevoll. Filzteile heiße die richtig. Glaube ich. Ja, auf jeden Fall sind es kleine Filzteile. Die sind in unserer Wachsbar-Form. Die tunken wir in unser flüssiges Wachs. Hole sie raus, lass es trocknen. Genau, Yvonne. Ja. Und somit können wir verschiedenste Düfte einpacken. Ohne, dass wir Gefahr laufen, dass die Schmelze unterwegs, wenn sie gerade per Post unterwegs sind. Oder die sind mega, mega geschickt. Die erhaltet das Wachs. Und man kann viele, viele Düfte, Hallo Nadine, an Menschen, Versender, Überreicher, Einwerfer, wie auch immer. Die sind super, super klasse. Keine Sauerei und mega geschickt in der Anwendung. Was haben wir hier noch? Haha! Kleine Tüchchen, in die wir genau diese Filzteile einpacken, sodass es auch tatsächlich keine Sauerei gibt. Das liebe ich. Das zeige ich euch. Das hier ist eine kleine Produktprobe. Fällt mir schon was davon. Und zwar haben wir hier eine Produktprobe aus der Kategorie Pets. Eine Produktprobe Washer Whips. Laundry also. Waschmittel. Spülmittelprobe. Handseifeprobe. Ihr erinnert euch, wir haben eine komplette Handseife bekommen. Duschgelprobe. Und selbstverständlich eine Handcreme-Probe. Weil die Teile sind mega cool. Gerade wenn mal jemand Interesse an einem Produkt hat, aber nicht gleich so viel Geld ausgeben mag, sage ich immer, du pass auf, nimm eine Handcreme-Probe, probier es aus, sag mir, wie du es findest. Und dann entscheide dich. Also ich bin jemand, ich bin immer ganz, ganz viel und ganz, ganz stark für Tester. Weil ich einfach selber niemand bin, der blind drauf loskaufen möchte. Sondern, ja, ich möchte die Dinge testen können. Ich möchte wissen, was ich für mein Geld kriege. Und wir haben so, so viele Möglichkeiten hier bei diesen Dingen zum Beispiel. Bei uns muss niemand irgendwas blind kaufen. Und das finde ich einfach toll. Das ist auch ein ordentlicher Packer. Aber da aus jeder Produktkategorie Röbchen dabei. Somit habt ihr also schon mal was in der Hand, was ihr weitergeben könnt. Nochmal ein ganzer Batzen Karten. Vielen Dank. Kann man ganz, ganz toll mit in jede Bestellung geben. Und einfach mal Danke sage. Bitte, dass man unterstützt wird. Sind auch richtig hübsch. Gleich viel wie bei deiner anderen Karte. Und jetzt. Unser Heiligtum. Unsere Dufttester. Unfassbar. Wenn ihr die zu Hause habt, ihr werdet nicht mehr fertig. Und wenn ihr Leute da habt, sei es die eigene Familie, sei es bekannte, Freunde, Verwandte. Weil ich garantiere euch, da hört keiner auf, bevor er nicht alle Tester durchgeschnuppert hat. Ich habe natürlich klein komplett neue Duftsoge. Tinselberry. Ich habe schon mal in einem Video gesagt, ich bin nicht so unbedingt Winterduftmensch. Also Zimt ist so Hi, Michi. So überhaupt mit meins. Mir geht's gut. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir? Mir geht's super klasse. Ich bin jetzt nämlich im Urlaub. Und ich habe jetzt ganz, ganz, ganz viel Zeit für Familie. Und für mein Baby. Es macht mir unfassbar viel Freude. Und ich bin so, so glücklich und so froh, dass ich das immer, überall und jederzeit tun kann, wenn ich gerade Lust drauf habe. Also den finde ich richtig gut. Tinselberry, merkt ihn euch. Falls ihr die Gelegenheit habt, schnuppert daran. Der ist richtig gut. Dann habe ich euch schon mal gesagt, Polarbeerhack. Auch bekannt als Eskimo Kiss. Mein allerliebster, Lieblingsduft mit Winterberry Appletee aus der Winterkollektion. Polarbeerhack hieß letzte Saison, also letzte Herbst-Wintersaison, noch Eskimo Kiss. Hat jetzt einen anderen Namen bekommen. Und der ist einfach nur mega frisch. I'm in love. Und ich bin so, so dankbar und so glücklich, dass der wieder da ist, den kann ich jetzt direkt aus meinem Club-Abo rausnehmen und ihn mir wieder ganz normal bestelle. Richtig, richtig geil. Alle verfügbaren Düfte, die es bei Senti gibt, habt ihr in dieser Tasche. Ja! Ich schaue so um mich rum. Hier ist jetzt leer. Dafür herrscht hier jetzt komplettes Chaos. Kann ich. Ich werde mich jetzt dann direkt mal ans Schnuppern machen. Mega, mega cool. Sollen wir jetzt die Lampe noch anmachen? Was sagt ihr? Wisst ihr, was wir tun könnte? Das mache ich nämlich auch immer wahnsinnig gern. Diese Lampe, die graue Curvy-Lampe, die im Starter-Kit-Enthalter ist, die kostet 42 Euro, ja? 42. Wer hat einen Rechner? tippt 42. Wer tippt? Freiwillige Fonds. Ich baue so lange mal die Lampe zusammen. Die möchte nämlich gern präsentiert werden. 42 Euro Classy Curve-Lampe. Wo habe ich die Glühbirne hin? Hat es irgendjemand gesehen? Oh, ich sitze fast drauf. Yvonne, tippst du? Ricky? Mary? Wer auch immer? Ladies, wenn ihr schon gerade alle dabei seid, ich frage jetzt einfach mal, würdet ihr es wieder tun? Ihr, meine lieben Teamherzen, würdet ihr es wieder tun? Habe ich euch zu viel versprochen? Schreibt es gern mal. Würde mich jetzt mal interessieren, was ihr sagt. Also einfach nur die Glühbirne einschrauben, Deckel drauf, da kommt ja unser Wachs rein und dann eine Steckdose suchen. Ich komme wieder. falls mich mein Chaos hier durchlässt. Und nein, ich schlage sie nicht kaputt. Auch wenn es sich so anhört. Absolut. Ja, klar. Oh, ihr seid so lieb. Ich bin so glücklich. Echt, ich bin so froh. Meine Herzis. Unfassbar schön mit euch. Wirklich. Unfassbar toll. Das Kabel ist immer zusammengekostelt. Oh, wir haben ja Emma mit dabei. Wer hat sie entdeckt? Und ich habe sie lang genug verdeckt. Achtung. Dezent. Ich würde mal sagen, dezent. Aber süß. Seht ihr das dahinter? Sogar die wirft ein Licht durchs Spiel. Wenn wir die jetzt nah an der Wand platziere, glaube ich... Oh mein Gott! Okay. Ich finde sie toll. Ich finde sie richtig toll. Was sagt ihr? Guckt euch das an. Ich glaube, ich muss das Licht mal ausmachen. Uhu. Ich finde sie super. So was schafft einfach Atmosphäre. Feeling, Atmosphäre. Ja, oder Tessi? Also ich finde sie richtig toll. Madeleine, du hattest sie auch. Ah ja, cool. Ich habe schon gedacht, bei dir war vielleicht nur... Oh, bella. Bei dir war vielleicht nur die gelbe drin, aber ich glaube, die war bei der Rikki. Kann das sein? Rikki, ich meine mich zu erinnern, die war bei dir? Also wir waren gerade bei 42 Euro. Lampe, 42 Euro. Dann haben wir hier einmal den Mini-Ventilator. Da sind wir bei 21,25. Yvonne, 21,25. Eine Packung Pots. 14,25. Dann haben wir hier eine komplette Packung Wachs. Ah, okay. Na, dann habe ich mich vertan. Wachs, 8,50 Euro. Wir haben eine komplette Ladung Handseife. 8,50 Euro. Yvonne, wo sind wir? Kommt, Schmidt? Halli, hallo. Yvonne? Dann haben wir noch... Ach, guck an. Wir sind jetzt schon bei 94,50. Unser Starter-Kit kostet euch 99 Euro. Eine komplette Flasche Counter-Clean-Konzentrat. Meiner Meinung nach 21,25. Nochmal was. Lass mich suchen. 14,25. Entschuldigung. Dann haben wir einen Buddy-Clip. Buddy-Clip, 21,25. Hey, Melly! Noch ein Teenie. Schön, dass ihr reinschaut. Melly, ich habe gerade gefragt, da ganz viele Teamies gerade online sind, habe ich euch zu viel versprochen? Würdest du dich wieder anmelden? Erzähl mal. Ein Sand Circle haben wir auch noch. Sand Circle, 4 Euro. Schieß mich tot. 4,25 Euro. Was haben wir noch? Gut, die verschiedene... Oh, da weiß ich den Preis jetzt nicht auswendig. Ich würde sagen, so 4 bis 6 Euro für diese Sticker. Die Karte haben wir noch nicht. Wir haben die Produktprobe noch nicht. Diese Karte haben wir noch nicht. Die Kataloge haben wir noch nicht. Unsere kompletten Flyer haben wir noch nicht. Tüte, Filzis, große Tüte, Produktliste. Wie ihr merkt, es ist definitiv, definitiv viel, viel mehr drin, als ihr bezahlt. Und mit all diesen Dingen kann man arbeiten. Und zwar nur damit. Ja, genau. Es ist wirklich so. Dieses Starter Kit, die Tasche, die Sensi Tasche haben wir auch nicht mit einkalkuliert. Das Starter Kit kostet euch 99 Euro und ist eine Investition in euer Leben. In eure Zukunft und, wenn man so möchte, in etwas Tolles, Großartiges. Es liegt ganz bei jedem Einzelnen, was er daraus macht, was er damit macht. Es gibt viele, die sich das Starter Kit für 99 Euro einfach krallen, weil sie Bock haben auf die ganzen Produkte. Weil sie wahnsinnig Lust haben auf diese Ersparnis. Überhaupt kein Problem. Geht genauso. Weil man hat bei uns keinerlei Verpflichtung. Man muss hier nichts. Man kann sehr vieles. Und wenn ich sage, man kann sehr vieles, dazu machen wir ein anderes Video. Ich möchte euch gern einiges erzählen, was man denn so kann, wenn man möchte. Und ich habe noch viel, viel mehr vor. Aktuell ist es so, oh mein Gott, ich habe euch das Geilste ja noch gar nicht gesagt. Habt ihr das heute gesehen? Ab 1. August hat man die Chance, wenn man sich jetzt anmeldet, sich dieses Mega-Kit holt. Ja? Dann hat man die Chance. Das Erweiterungskit, das einen Warewert hat von 450 Euro. Kostenlos zu bekommen. Kostenlos. Da ist der Diffusor drin, da ist Öl drin, da sind zwei Mini-Lampe drin. Da sind Wachse drin, da ist Reiniger drin, da ist so viel drin. Wer das gern wissen möchte, was da alles drin ist, der darf mir gern schreiben. Schicke ich euch ein Bild mit Auflistung, alles drum und dran. So, so geile Aktion. Kostenlos. Mega. Ich bin heute Morgen fast ausgeflippt, als ich das gesehen habe. Das gab es bei mir natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich habe schon gefragt, ob ich mich nochmal anmelden darf, aber nein. Eher. Also ihr seht, Hammer. Einfach nur Hammer. Und ob ihr jetzt Kidnapper seid, euch also dieses Kid holt, weil ihr es geil findet und weil ihr es nutzen möchtet, weil ihr es sparen möchtet. Oder ob ihr es euch holt und diese Dinge eure Freunde, Verwandte, Bekannte unter die Nase haltet und mal schaut, ob ihr eventuell eine Möglichkeit seht, euer Haushaltsgeld, euer Taschengeld, euren Mann finanziell zu unterstützen, wie auch immer. Ob ihr einfach Lust, Zeit und Spaß dran habt. Es kann euch nichts passieren. Ihr müsst nichts. Ihr könnt. Hier gibt es kein Zwang, keine Verpflichtung, kein Du musst monatlich so und so viel bringen. Du musst das und das tun. Wir müssen hier nichts. Was ich immer sage ist, ihr müsst Spaß haben. Ihr müsst es lieben. Und ihr müsst es geil finden. Ich weiß noch damals beim... Ja genau, das haben wir gehabt. Also 105 plus Kataloge. Meine Kommentare switche immer hin und her. Ich kann es ganz, ganz schlecht lesen. 151 Euro und dann komme die ganze andere Sache ja noch dazu, genau. Weil die Duftzerstattasche, das darf man ja auch nicht vergessen, die kostet natürlich auch noch Geld. Das ist also mega, mega cool. Ich freue mich total. Falls irgendjemand Frage hat, schreibt mir einfach gern. Überhaupt kein Thema. Ich werde es dieses Chaos hier wieder beseitigen. Und ich feiere es derartig. Ich kann euch nicht sagen, wie ich danke euch, ihr Lieben. Danke, dass ihr auf meine Frage reagiert habt. Und dass ihr in die Kommentare geschrieben habt, dass ihr es immer wieder tun werdet. Das bestätigt mich und macht mich sehr, sehr glücklich und natürlich auch stolz. Ihr seid echt die Beste. Es macht so unfassbar viel Spaß mit euch. Aber ich glaube, ihr wisst es auch. Und ihr wisst auch, wie sehr ich euch zu schätze weiß. Im Team macht das Ganze einfach viel, viel mehr Spaß. Und Ladies, wir gehen auf das Schiff. Wir gehen. Wir können. Ich freue mich so. Ab 1.8. haben wir Berater die Möglichkeit, uns für nächstes Jahr August eine Reise zu erarbeiten. Und haltet euch fest. All inclusive. Ein riesen Kreuzfahrtschiff. Norwegen. Mit Aktivität, mit Taschengeld. Das Einzige, worum wir uns kümmern müssen, ist, wie wir von zu Hause an den nächstgelegenen Flughafen kommen. Und ab da übernimmt Sensi alles für uns. Beschert uns wunderschöne Tage. Und belohnt uns einfach mal dafür, was wir so tun. Unfassbar toll. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Ihr habt hier nichts zu verlieren. Es kann nur geil werden. Und wenn es nix wird, what else? Dann habt ihr für 99 Euro Produkte für über 300 Euro. Kann man mal ein Schnäppchen reißen, würde ich sagen. I love it. Aber das wisst ihr. So, dann widme ich mich jetzt mal diesem Chaos hier. Ich muss wie jedes Mal nach meinen Videos, ich weiß nicht, was ich immer tue, aber ich muss nach jedem einzelnen Video einfach mal komplett aufräumen. Chaos Queen! Hallo Ebims! Habt einen wunderwunderschönen Abend. Ich freue mich auf unser nächstes Video, wie gesagt. Im nächsten Video wird es dann um ein paar Daten, Fakten und Zahlen gehen. Schaut gern wieder rein. Wer möchte, darf mich auch um die Welt fliegen lassen. Teilt mich. So, so wichtig. Bis bald, ihr Süße. Dann steink convenientinden. âm ... ... ...